hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zur playstation 5 und heute geht es um die farben der playstation 5 denn viele stören sich am weiß daher gibt es neues für euch und bevor wir uns hier richtig ins thema hineinstürzen würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen wenn euch das video gefällt wenn es euch weitergeholfen hat und so weiter und so fort wenn ihr einen daumen nach oben da lasst das video liken immer so eine ganz wichtige sache auf alle fälle fürs youtube ranking hilft dem kanal definitiv und wenn ihr gerade neu hier seid vielleicht ein klick auf den abo button keine falsche idee mit glock aktiv verpasst ihr einfach weiter kein neues video nichts neues zur playstation 5 und damit schauen wir heute auf die verfügbaren farben zur playstation 5 denn offiziell wissen wir es ja bereits es gibt sie in weiß und wir haben das auch wunderbar in dem tier down video natürlich gesehen wie wahnsinnig leicht sich ja die rechte und die linke verkleidung abnehmen lassen und dass das vor allem natürlich auch bedeutet wenn ihr diese abnehmt verletzt ihr damit nicht irgendein garantiesiegel die garantie bleibt erhalten diese sind austauschbar und da war dann auch schon klar dass es wahrscheinlich drittanbieter geben wird oder halt sony selber die dann bestimmte spezielle varianten anbieten so dass ihr euch eure ps5 designen könnt ihr wie ihr das gerne haben möchtet und jetzt gibt es den ersten ja den ersten anbieter auf alle fälle im internet nur ja sollte man dort zuschlagen das ist eine sache die ihr selber für euch natürlich entscheiden müsst wir schauen einfach mal auf die webseite playstation 5.com dort könnt ihr ab heute jemals kenn ich es seit heute verschiedene shells wo er besser sagt umrandung oder wie auch immer verschiedene seitenteile bestellen für die playstation 5 das erste was auffällt was ich bisher schade finde ist hier für das playstation logo das ist natürlich nicht dabei es ist natürlich kein offizielles von sony in irgendeiner art und weise lizenziertes zubehör und was das ganze über die qualität des produkt aussagt kann ich auch überhaupt gar keine aussage zu treffen während ich rede sieht ja ganz munter wie dann unten immer wieder auftaucht werden vor fünf minuten was bestellt hat und das ploppt ja relativ flott durch kann natürlich sein dass das ding wirklich so ein verkaufsschlager ist wäre ja auch wirklich sage ich mal zu verstehen viele möchten sie gerne in schwarz haben hier habt ihr die möglichkeit auf einer schwarze playstation 5 und der hersteller verspricht auch noch lieferung bis zum release dem was versucht er das anzubieten und dann gibt es natürlich nicht nur schwarz es gibt natürlich auch noch hier mehrere farbvarianten auf der seite und wir haben hier dann als erstes natürlich für 35 euro und seht ihr auch die preise gleich natürlich hier die variante in einem matten schwarz cherry rot oder kirschrot besser gesagt ja eigentlich chromatik indigo blue und dann haben wir noch eine kamo variante und das ganze bekommt ihr natürlich auch egal welche version ihr braucht wir sehen dass jemand da wir können hier auswählen den style standard edition oder die digitale edition und so sieht das ganze dann aus das sieht für mich alles aus so wie ja sag ich mal photoshop bilder gerenderte bilder derjenige muss natürlich zugriff auf den playstation 5 haben um seine cover wo immer wie die auch produziert werden passen zu machen ob das der fall ist kann ich nicht beantworten sind das vielleicht nur irgendwelche dinge aus dem 3d drucker die halbwegs passen ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht und dann steht hier auch wird ausgeliefert am oder vorm 12 november für die amerikaner deswegen interessant weil halt die erscheint dort ja bereits am 12 bei uns in europa wäre das eine andere geschichte man könnte zuschlagen wenn man wollte ich persönlich mag es weder sagen ja oder nein das müsst ihr ganz allein für euch wissen da will ich nicht sagen die qualität ist unbekannt die passgenauigkeit ist unbekannt wenn das ding natürlich wirklich passgenau ist und einfach klasse aussieht wenn derjenige eine playstation 5 da hat und hat ein super sahne 3d drucker da oder wie auch immer dann passt das ganze ich habe natürlich noch mal eine whois abfrage gemacht auf die domain habe dann festgestellt die wurde reserviert vor 14 tagen und zwar über godaddy.com und es befindet sich im hand eines privaten anbieters also ein privater anbieter hat diese domain und bietet hier diese konsolen an oder bisher diese konsolen cover an so nennen wir es einfach mal konsolen cover wird angeblich laut diesen kleinen aufpoppern hier unten in ecke relativ häufig gekauft keine ahnung ich würde warten ich würde ich würde warten also ich warte ich persönlich warte was ihr macht ist eure geschichte ich würde warten ihr könnt bezahlen mit google pay ich meine das gute ist ihr habt natürlich auch die wahl wenn wir gucken auf weitere zahlen optionen dann haben wir hier oben auch paypal zur verfügung das bedeutet wir haben käuferschutz mit an bord ich hoffe dass das dann auch funktioniert als wir ihnen brauchen die versandkosten werden erst kalkuliert im nächsten step aus den usa nach deutschland normalerweise immer relativ teuer die versandkosten auf jeden fall da steht hier also noch mal dass das ganze nach möglichkeit verschickt werden soll am 12 november fünf bis sieben tage dauern soll und dann am 19 bis 23 november ankommt das bedeutet mit ein bisschen glück könntet ihr bereits an tag eins auf einer schwarzen kirschroten indigo blauen oder camouflage oder chromatischen ps5 spielen das wollte ich euch hier zeigen dass es die möglichkeit gibt dass es den ersten anbieter gibt der für 35 euro wie gesagt diese seitenteile verkauft preislich wenn die qualität stimmt ist das in ordnung wenn die farben wirklich richtig schön sind wenn die qualität schön sind wenn die passgenauigkeit gegeben ist also diese limited edition matt schwarz würde ich sagen gefällt mir da wirklich ausgesprochen gut also das wäre schon was für mich das wäre schon definitiv was für mich allerdings aufgrund dessen dass es halt eine domain ist die es seit 14 tagen gibt dass diese halt ja in den händen eines privatinhabers ist lässt mich ein wenig davor zurückschrecken und aus diesem grund werde ich nicht zugreifen ich wollte aber euch aber nicht die möglichkeit geben das natürlich für euch selbst zu entscheiden ich kann ja die news nicht einfach weglassen weil ich sage ich mache es nicht ihr hättet gerne gemacht und habt dann die info von mir nicht erhalten und das wäre einfach falsch und deswegen vielleicht ist das ganze auch wirklich super vorne und am 19 habt ihr dieses ding in der hand und sagt dann hey guti empfiehlt das weiter das ist super toll und wenn ihr das dann schreibt dann werde ich auch sofort mit so ein ding bestellen egal welche farbe um einfach für euch ein video zu machen und euch sagen zu können wie die qualität ist ich war echt an überlegen das jetzt direkt zu machen um euch dort ja infos an die hand zu geben allerdings war mir die gefahr eines betruges persönlich zu hoch um irgendjemanden 35 euro zu schenken danach war mir auch nicht unbedingt interessant auf jeden fall die ersten anbieter sind da aber es werden weitere folgen und ihr werdet sie ganz bestimmt auch bei mediamarkt und saturn im regal finden dann direkt anfassen können direkt natürlich die möglichkeit beim zurücksenden ein bisschen leichter zu haben weil das ding auf eigene kosten zurück zu senden in die vereinigten staaten ist jetzt auch nicht wirklich preislich eine option denke ich mal also dass die versandkosten dann wahrscheinlich so hoch sein werden dass sich das zurücksenden gar nicht rentiert gar nicht für einen rechnet das waren die infos die ich euch hier mit auf den weg geben wollte zum wochenende hin einmal eine bunte playstation für euch alle wenn ihr den mut dazu aufbringen wollt dann schlag zu ansonsten wartet einfach es wird noch genug anbieter geben und es wird bestimmt auch von offiziell von sony seite welche geben die dann vielleicht auch das schicke playstation logo haben das war es von mir ja ich hoffe es war interessant für euch und noch mehr hoffe ich natürlich dass ihr auch das nächste mal wieder anschaltet ich danke euch fürs dabei sein ich verabschiede mich bis zum nächsten video sage so long goodbye keep gaming euer goodie